Moin, was geht ab Freunde und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute wieder eine Marktanalyse, sprich wir gucken uns den Markt an, schauen wo können wir Coins machen, schauen wo können wir uns Coins sparen und vor allen Dingen was ist der Content in den nächsten Tagen. Das interessiert euch ja auch immer brennend. Deswegen lasst doch Ehre schon mal ein Like da, wenn euch dieses Format gefällt und ihr es weiterhin sehen wollt. Abonniert auch den Kanal, um solche Videos nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, straight up ins Video. Viel Spaß. So, was ist die letzten Tage passiert? Heute Dienstagabend ist nämlich sehr viel passiert. Die letzten Tage jetzt gar nicht so viel, aber heute kam dann wieder eine Content-Welle und es war nämlich das gute alte Kampagnen-Wundertüten-Spielerball-Pack. Ja, wiederholbar zweimal, Ablauf in zwei Tagen und ihr könnt da drin einen OTW-Spieler, ein Adidas-Numbers-Abspieler, Road to the Final, Headliner oder Food-Fantasy-Team-Einspieler ziehen. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen bei Twitch geguckt, was da so abgeht. Ich würde die Packs auf jeden Fall ausprobieren, weil, ja, mal sein Glück ein bisschen herausfordern. Es kann richtig scheppern, wenn ihr so ein Food-Fantasy-Spieler. Und Imagine irgendwie Mbappé-Headliner oder Food-Fantasy-Saint-Maxime oder so zieht. Also sind geile Spieler dabei. Vor allem sind das alles dynamische Spieler. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender. Deswegen ist die SPC auch sehr im Hype. Und die Anforderung war nämlich ein 84er-Team, sprich 83, 84, 85 rated. Und auch 86 rated für das Skyrocket. Team of the Weeks im Bereich von, ich würde sagen, 82 bis 86 auch sehr gut angestiegen. Auch 87er-Informs noch ein bisschen angestiegen. GGs an alle, die da investiert hatten in den letzten Wochen. Zahlt sich jetzt feinde die mal ein bisschen aus. Ich würde es auch relativ schnell verkaufen, weil die SPC halt nur noch zwei Tage läuft. Meistens ist es so, am Anfang machen die Leute die SPC schnell und dann sind die Preise danach auch wieder auf einem Downtrend. Sprich, ab morgen Abend oder Donnerstag spätestens, denke ich, gehen die Preise wieder runter. Jetzt habt ihr so einen Peak. Spätestens morgen über den Tag würde ich die Dinge auch wegschallern. Ansonsten ist vom SPC-Content etc. nicht wirklich was gekommen, was ausschlaggebend für unsere Trading-Analyse ist. Deswegen springen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt. Passend zum Thema springen wir auch direkt zu den SPC-Karten bzw. zum Futter. Da habe ich ja gerade schon gesagt, da ist nämlich einiges passiert. Die guten 83 rated SPC-Karten gestiegen, der Rest nicht. Das heißt, die braucht ihr aber auch gar nicht anfassen, weil gerade ist Content da, wodurch die steigen könnten. Aber es ist nicht wirklich was passiert bei denen. Denn hingegen 84er sind teilweise auch noch sehr günstig, muss ich sagen, ein paar. Das ist aber, weil die halt nicht unendlich wiederholbar leider ist, sondern nur zweimal. Also wie gesagt, falls ihr hier Karten habt, die jetzt gerade gestiegen sind, 84er würde ich verkaufen. 85er sind teilweise, manche sogar extinct. Ihr seht das hier schon, die Preise sind sehr, sehr gut bei 12, 13k hier teilweise geht es dran. Aubameyang, sogar sehr besonders, der bekommt sogar einen Inform. Den könnte man sich vielleicht sogar nochmal mitschnappen. 86 rated Futter, genau dasselbe, würde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Der high rated Futtermarkt, wenn wir uns den mal anschauen, zu den letzten Tagen im Vergleich. Weil der Ican Pick jetzt auch übermorgen oder so abläuft. Geht es gerade wieder bergab und ich finde solche Special Karten wie so ein Verratti, der gar nicht mehr zu ziehen ist. Oder auch hier Lime, der nicht mehr zu ziehen. Allgemein solche Special Karten sind für mich, wie gesagt, immer sehr, sehr gute Spiele, die man sich einfach einpacken kann. Bei dem günstigen Zeitpunkt, der für mich wahrscheinlich morgen Abend so ungefähr ist oder Donnerstag vielleicht. Oder auch einfach aufs Wochenende warten, weil ich persönlich denke, dass bis zum Wochenende nicht mehr kommt. Also ihr könntet theoretisch jetzt schon reingehen, meine Empfehlung ist aber, aufs Wochenende zu warten. Ich würde wahrscheinlich dieses Futter jetzt hier erstmal nicht mehr anfassen. Aber so higher rated Futter, gerade wenn jetzt Ican Pick, Ican Pack etc. alles abläuft, am Wochenende nochmal das Food Fantasy ihm beikommt. Dann werden solche Spiele halt gespreadet und ich kann mir gut vorstellen, dass 88er wieder auf unter 25k gehen. Wenn da so eine Special Karten nicht mehr dienen ist, unter 25k ist, nächste Woche Ican Pick. Oder vielleicht sogar so ein Prime oder Moments Pick oder irgendwie sowas Geiles kommt. Dann wird dieses Futter hier ab 87, würde ich sagen, hat das sehr viel Potenzial, sehr krass in die Höhe zu schießen. Und da kann man halt sehr, sehr, sehr gut reingehen. Ich persönlich habe mir jetzt aber auch schon mal ein paar Oblucks eingepackt, weil so günstig wie Leon Dorske Gold fasst. Ja, geht halt diesen Freitag, glaube ich, oder Samstag Out of Pack. Genau dasselbe auch Müller, der geht halt auch Out of Pack. Solche Karten kann man sich theoretisch jetzt auch schon einpacken, weil die werden am Wochenende nicht viel günstiger, meiner Meinung nach, wenn sie wieder Out of Pack sind. Soviel schon mal zum normalen SPC-Futter. Informs habe ich auch schon angesprochen, ihr seht es hier schon, es fängt hier schon an, dass so ein 80er, 12k kostet. 82er, 12, 13, 14. Also ihr seht, Informs sind gerade relativ hoch gestiegen. Würde ich absolut die Finger davon lassen, wenn ihr euch mal die letzten Videos anschaut, was ich euch da für Preise kommuniziert habe. Dann wie gesagt, fettest du dies, wenn ihr da investiert habt. Wartet auf das neue Team of the Week, wartet aufs Wochenende und dann kann man, denke ich mal, wieder sich einige Informs angucken und auch mitnehmen. Data Tune, joint da den Discord in der Bio, da werde ich diese Informs auch wieder für euch posten oder einer meiner Mod. Dann habt ihr da wieder gute Spieler zum Investieren, aber jetzt gerade komplett quatschig, hier was mitzunehmen. Sprich, kurz zusammengefasst, SPC-Futter aufs Wochenende warten. Dann springen wir zum nächsten Punkt und zwar die Metakarten. Und da hat sich einiges getan, wie ich vorhin schon meinte, durch den Foodplayer-Pick. Sind nicht nur die Karten, die man ziehen kann, diese Food-Fantasy-Karten etc. gedroppt, sondern auch andere Metakarten. Und da kann man immer ganz gut einkaufen. Das habe ich euch ja auch immer geprägt, dass allgemein zwischen so 19, 21 Uhr ein gutes Einkaufsfenster ist. Plus, wenn so ein besonderer Content-Drop, der nicht Unlimit-Repeatable ist, sondern nur zweimal, dann ist da ja eine Begrenzung drin. Sprich, heute Abend war die Panik, alles ist gedroppt. Die werden jetzt langsam wieder Rebound, meiner Meinung nach, weil in zwei Tagen läuft der eh spätestens ab. Die meisten haben aber ihre zwei Versuche, die sie haben, schon aufgebraucht. Sprich, die ganzen Metakarten, besonders die, die nicht mal in den Picks sind. Das macht gar keinen Sinn, dass die droppen, nur weil andere Karten droppen. Und solche Karten Rebounden dann immer relativ schnell, aber auch die Spiele, die in diesen Picks zu ziehen sind, werden relativ schnell wieder Rebound, meiner Meinung nach. Ich habe hier im Discord mal einige von den Spielern gepostet. Hier die Natale, Fred Sanchez, Neymar Gold, Ronaldo Gold. Also, das bringt jetzt nichts, wenn ich euch das im Video sage, weil ihr das Video eh erst viel später seht, als ich es jetzt aufnehme. Aber, dass ihr da einfach Bescheid wisst, im Discord kriegt ihr da aktive Live-Calls, wenn es halt möglich ist. Aber ihr könnt euch das auch immer selber angucken. Wie gesagt, ihr habt es jetzt hier in dem Video gehört. Wenn ihr es jetzt gerade gesehen habt, dann merkt ihr einfach für nächstes Mal, wenn so eine SPC kommt, die nicht unendlich wiederholbar ist. Und Spieler droppen, die nicht mal da drin zu ziehen sind, aber auch Spieler, die da drin zu ziehen sind, die dann richtig krass gedroppt sind. Die werden wieder Rebounden, weil die SPC halt ausläuft. Und wie gesagt, Leute können die zweimal machen. Ganz viele haben die jetzt heute Abend schon zweimal gemacht, haben, machen das noch morgen. Und dann hat sich der ganze Hubs auch und dann geht das Ganze wieder nach oben. Weil durch dieses, dass es zwei Tage da ist, denke ich ganz persönlich, dass bis Freitag halt nichts mehr kommt an SPC. Wir damit gut abgesaved sind, was die Metakarten angeht. Und man die halt auch sehr gut sonst spätestens bis Freitag üV verkaufen kann. Also schaut euch vielleicht mal die Preise hier so als Orientierung an. Aber guckt euch bei den Karten jetzt als Beispiel bei Alex Tales einfach mal diese Preise. Guck mal, ihr seht, gestern, also Montag war er bei 170. Sonntag war er auch so bei 170. Und heute war hier eben der Drop von 170 auf 150. Sprich, wenn ihr jetzt in ein oder zwei Tagen guckt, dann guckt einfach am besten. Dann geht ihr hier auf Yesterday oder Thursday, also Dienstag. Und schaut einfach, wo Dienstagabend der Preis war von den Spielern. Bei Alex Tales, weil es wie gesagt 150 kam. Wenn der Morgenabend auch 150 kostet, dann kann man da theoretisch noch sehr gut reingehen. Und dann den UV für 165, 170 oder so reinstellen. Und Abfahrt, das ist eine Trading-Method, die ihr diese Woche bis Freitag, glaube ich, ganz gut fahren könnt. Mit so Metakarten zu flippen. Die findet ihr immer hier bei den Popular Players einfach direkt. Drücke hier auf All Popular Players und habt ihr einfach ein paar gute Beispiele. Guckt euch den Preisverlauf der letzten Tage an. Und ansonsten stellt ihr mir einfach eine Frage, schreibt mir im Benz daran, stellt es in die Kommentare oder so. Und dann beantworte ich das, dann sehen es auch noch andere Leute, die vielleicht dieselbe Frage haben. Und ja, das würde ich zu den SPC-Karten sagen. Und dann die letzte Sache schon fürs Video. Also wie gesagt, heute geht es echt fix, weil es eigentlich nur Metakarten zu flippen gibt. Aber es gibt sogar noch eine kleine Invest-Möglichkeit. Und das betrifft nämlich diesen Leak hier. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gespoilert, aber ich glaube, dass es eh überall schon weit verbreitet, was im Food Fantasy Team 2 stattfindet. Ich glaube, es sind noch nicht alle Spieler, weil das sind ja jetzt, wenn man zählen kann, nur 8. Auf dem Discord findet ihr auch immer die Leaks direkt, wenn sie draußen sind bei Twitter. Aber hier habe ich halt ein gutes Bild gefunden, wo die alle zusammengefasst sind. Also dieser Maduike und Perisic sollen als SPC kommen. Wenn das so stimmt, dann kann man schon mal gucken. SPC ist, wenn Perisic zum Beispiel irgendwie 5-5 bekommt, dann wirklich auch so gute Stats wie auf der Karte hier. Dann kann es sein, dass die Karte beliebt ist und dementsprechend die Links steigen, wie so ein Lautaro Martinez oder so. Kann man einfach mal gucken, ob man sich da vielleicht ein paar Karten einpackt, die sehr gut mit Perisic linken. Und die dann steigen würden, wenn die SPC kommt. Das selbe gilt theoretisch für Maduike, aber dadurch, dass es ihre Devise ist und so, weiß ich nicht, ob das so viele Auswirkungen haben wird. Bei den Spielern hier, da braucht ihr keine Link-Investments holen. Und das funktioniert meistens leider nicht so gut mit Spielern, die in Packs kommen, dass da mit Link-Investments funktionieren. Also man kann sich dann Karten angucken, die Out-of-Packs gehen, wie zum Beispiel in Alexandron, Atal etc. Die wurden auch schon im Discord von unseren Mods gepostet die letzten Tage. Leider ist jetzt zum Beispiel in Alexandron mit dem 83 Rated schon stark gestiegen, dadurch, dass er halt jetzt heute für die SE gebraucht wird. Aber in Atal als Beispiel sieht man, dass der Preis noch relativ günstig ist. Den könnte man natürlich mitnehmen. Es muss natürlich die richtigen Anforderungen für die SPC kommen. Nur weil er Out-of-Packs geht, heißt es nicht, dass er direkt steigt. Aber man kann es theoretisch versuchen und wenn Leaks rauskommen, muss man theoretisch sowieso immer sehr schnell sein. Der ist jetzt auch schon, der war die letzten Tage jetzt so bei 800, 900 Coins. Also der ist schon ganz leicht angestiegen, ist jetzt nicht viel. Ich denke mal, für unter 1K kann man den ein paar Mal sich einpacken und es einfach versuchen. Das ist halt sehr, sehr low-budget. Deswegen wartet vielleicht noch auf die nächsten Tage, wenn da noch mehr Leaks kommen. Dann kann man sich da vielleicht noch ein paar mehr Spieler einpacken. Ja, wenn als Beispiel jetzt so ein Dinier kommt, Dinier, gutes Beispiel, 84 Rated Footer, gut linkbar mit als Franzose im Premier League. Wenn der jetzt als League kommt, dann könnt ihr direkt sagen, hey, nehme ich mir mit, 84 Rated Dinier, bap, bap, bap. Und dann wird er im Hype schon steigen, dann geht er Out-of-Packs, dann kommen vielleicht die richtigen SPCs und zack, die Wupps, wird Dinier richtig gut steigen. Das sind so die beiden Methoden, die man auch noch machen kann, dass man sich so eine SPC-Karten halt raussucht und da Link-Investments sich noch holt. Wie gesagt, Perisic ist jetzt eine so eine Option, aber man kann natürlich auch Out-of-Packs-Karten nehmen, die Goldkarten sich einpacken, wenn die gut für SPCs geeignet sind. Aber theoretisch kann man sich eigentlich alle einpacken, so. Guckt sich einfach die letzten Tage die Preise an, wenn die noch nicht krass gestiegen sind. Alexandro Weiß, kann ich euch jetzt schon mal sagen, würde ich außen vor lassen. Aber so ein Attal oder vielleicht auch hier so ein Rodrigo oder so, da guckt man sich einfach mal die Goldkarten an, wenn die nicht krass gestiegen sind. Kann man sich die einpacken und mit Glück scheppert es dann, wenn mit Pech verkauft man halt plus minus null. Ja, das sind so die Sachen, die ich euch mal kurz und knapp erklären wollte. Wie gesagt, Meta-Karten flippen, man kann Investments für die SPCs, die jetzt kommen, mitnehmen, wenn da welche gelegt werden. Und man kann natürlich Out-of-Packs-Investments mitnehmen. Da würde ich bis aufs Wochenende warten. Am einfachsten ist es, wie gesagt, immer wenn ihr euch so ein Video reinzieht, da habt ihr einen grobeligen Überblick, was passiert, was man machen kann. Und wenn ihr dann in Discord joint, kriegt ihr direkt die Calls, macht da Benachrichtigungen an und dann verpasst ihr da auch nichts mehr. Damit würde ich sagen, danke, dass ihr das Video angeschaut habt, danke für euren Support. Falls ihr es, wie gesagt, noch nicht gemacht habt, lasst ein Like und Kommentar da, abonniert den Kanal und damit Peace out, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal.